Oh mein Gott! Alex? Wo ist die Kamera? Er hat Alex getötet! Hier ist Alex! Alex ist da! Wo? Digga, er war bei mir! Wisst ihr was er gemacht hat bei mir? Warte, warte, warte! Wisst ihr was er gemacht hat? Er hat bei mir das gemacht! Okay, Punkt, Punkt, Punkt! Es raus! Ich würde aber gerne 3 3er Teams haben, wisst ihr? 3 2er Team... 3... Fuck! Jungs, wir haben ein ganz großes Problem! Dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind zu antworten! Jungs... Wird das, wir müssen alleine gehen oder was? Okay Jungs, Arbeit, komm mal zu mir! Leute, ich bin der Schwarze, okay? Ich werde zuerst wer! Ich bin der hier! Ich bin der Schwarze! Arbeit, das bist du! Bist du das, Arbeit? Ich bin David! Ich bin David! Okay, komm mit David! Okay, furze! Hey, hier gibt jemand einen Stuhl, Dicker! Hast du es gesehen? Nein! Warte, warte mal! Habt ihr gerade jemanden reden hören? Das war ich! Karen are inside! Fucking bitch! Fucking bitch! Ich höre jemand hat einen Stuhl hochgehoben! Karen, Karen, Karen! Ich hab auch die Service! Du! Nein! Mach mal Licht aus! Halt Licht aus! Alle Licht aus! Alle zeichnen um uns! Mann, der freut sich! Ich hab mich noch nicht aus! Mach auf, mach auf, mach auf! Ich mach die Tür zu! Ich mach die Tür zu! Ich mach die Tür zu! Hör auf! Hör auf! Das verdammte Licht anziehen! Hör auf! Hör auf! Das ist Telefon klingelt! Geht rein! Telefon klingelt! Okay, bist du hier drin? Kann man reingehen irgendwie ans Telefon? Nichts erkannt, okay Ja UV-Licht, such nach Fingerabdruck mit UV-Licht How old are you? Wie alt bist du? Das war Arbeit, oder? Das war Arbeit, oder? Das war das Telefon wieder Bepiss dich du an, so Mach Licht aus, mach Licht aus, mach Licht aus Mach Licht aus, mach Licht aus Warte, stopp Licht erkannt, okay, okay, sie sind nicht drin Ich mach jetzt das Geisterbuch hier Hab sie es platziert? Ey, hier ist ein Fingerabdruck Okay, warte, drück alle J Licht aus, Licht aus, und verstecken in Ecken Und bilden, Licht aus, Licht aus Oh mein Gott Du fressst schon, ich bin kreuz in der Hand Abo Wirf das Kreuz auf den Tisch, wirf das Kreuz auf den Tisch Wie, wie, wie mach ich drauf durch? Nichts erkannt Was willst du von uns? Muss man in die Ecke gucken, Leute Guck ihn lieber nicht an, okay, jetzt können wir das Licht ausmachen, er ist weg, er ist weg Wir können das Licht aus, mach Licht an Mach Licht an, mach Licht an Okay, hat schon ausgeschaut, erstmal Fingerabdrücke an Wand fotografieren Alex, du vor Licht an, äh, an Tür Arbeit fotografieren Die Hand an der Tür Ich hab die Schatten gesehen, Digga Ey Wer weiß, drei haben wir noch nicht, oder? Wer weiß, drei haben wir noch nicht, okay, jetzt können wir schon mal ein bisschen gucken, was für Geister sind Ganz unten Geistertypen, zeigen die uns an, was da jetzt noch sein kann Es kann ein Gespenst Habt ihr Licht an, Alter Er ist bei Alex, er ist bei Alex Ich hab mein Kreuz Alex, Alex Ganz ruhig, Alex, okay Er ist nicht mehr da, Alex, er ist nicht mehr da Mach die Licht aus, mach die Licht aus, ich rede mit ihm Mach die Licht aus, ich rede mit ihm Alle Licht aus, alle Licht aus Hat der ne Fresse, Mann Ach, du kommst, hier Oh du kommst, hier Er ist drin, 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 er kommt zu euch, er kommt zu euch, er kommt zu euch Oh mein Gott, einer ist weiß Habt ihr Foto, habt ihr Foto? Ja, ich glaub schon, ich glaub schon, ich glaub die Fotos Okay, was ist der nächste oder weißt, was ist der nächste oder weißt Wir müssen in den Van, wir müssen in den Van, wir müssen in den Van Ja, na, 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 na Also raus jetzt, raus jetzt Ja, ja, ja und dann sammeln wir unsere Information und gucken was für ein Geistes ist Die Quatsch, Mann Äh, meine Taschenlamme geht aus, meine Taschenlamme geht aus Oh Gott, er kommt Aus, 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 verstecken, verstecken Aus, verschwupp, aus, verstecken Nicht reden, nicht reden, nicht reden Bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen Nicht reden, nicht reden, nichts machen Da hat jemand getötet, rett raus, rett raus Da hat jemand getötet Da drüben ist der Ausgang Hier drüben, nein, nein, hier ist der Ausgang, hier ist der Ausgang Arbed ist gestorben, wisst ihr warum, er war der letzte, der Licht ausgemacht hat Nein, aber ich hatte aber mein Kreuz die ganze Zeit Na, es hatte kein Licht an Achso, du musst das Kreuz werfen Du musst das Kreuz werfen, Arbed Ja, Arbed, einfach die ganze Zeit Er hebt sich so an die Brust einfach Ich seh nur noch, wie Arbed hochfliegt Na, nix durch Geister immer noch nicht Äh, um ehrlich zu sein, ich wette, dass es eine wissenschaftliche Erklärung dafür Okay, er ist weg Okay, lass mal kurz, lass mal kurz raus Im Van und alle Informationen Ich hab gerade, ich hab gerade einfach von Arbed ein Labdesk bekommen Oh mein Gott Alex? Wo ist die denn? Er hat Alex getötet, er hat Alex getötet Nein Doch, Alex kann nicht mehr reden, er ist tot Ich bin auch da, ich kann nicht reden, er ist bei mir Achso Wo Alex? Ah Bleibt im Raum Bleibt im Raum Bleibt im Raum Hier ist auch nix, auch nix in Sachen Ahaha Wo? Digga, er war bei mir Wisst ihr was er gemacht hat bei mir? Warte, 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 wisst ihr was er bei mir gemacht hat? Er hat bei mir das gemacht Ich hab' den Foto Na Foto, Na Foto! Wo 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 wo를? Wir haben was eres im Raum Merde, jetzt raus, ich hab' den Foto Ich hab' den Foto Ja ich hab' den Foto Hey, ich hab' den Foto Komm, ich hab' den Foto Du hast so laut geschrieben, wer hättet es unter der Gefängnis. Dicker, du warst so laut. Ich glaub ihr habt mich gehört, Leute. Ich hab nämlich lauter geschrieben. Okay, jetzt geht ihr dann an die Ecke und der mit der Box fängt dann zu reden. Ja, das bin nur unglücklicherweise ich. Alex und Louis, gib mir die Box. Okay, nimm. Er ist hier, er ist hier, Licht aus, Licht aus, weg, Licht aus, weg. Bist du hier? Ach, bitte halt dein Maul. Ich hab Herz, ich hab Herzkluften. Das sind seine Fußschritte, das sind keine Herzkluften. Wer ist tot? Arbeit ist tot, Arbeit ist tot, Arbeit ist tot. Oh mein Gott. Ach du Kökelnecker. Er war direkt auf mir, er war direkt auf mir. Bist du allein hier? Kranty Langbahn. Gib uns ein Zeichen, wenn du in nem Raum bist. Hey. Alles drin ist drin. Wo bist du denn? Was ist los mit dir? Verpusten wir uns alleine drin? Oh, ich hab kein Foto gemacht. Ja, der kommt raus! Ja, der kommt raus! Dann führst du dich mal drüber und so! Ah, der steht da oben! Keine Ahnung, du Gott weißt, Digga. Aber es ist so ein Lob, er stellt immer her als Erf. Ey, denkst du? Denkst du Auto-Tune, lob den Geist mehr an? Er hat ne Tür aufgemacht. Mann, Orlando, sogar dein fucking Stuhlquetsch des Auto-Tunes. Was willst du, Digga? Kann ich mal jetzt sterben, Digga? Ein Hufe! Bitte Geist, komm! Geist, mach mal was! Meine Fresse! Ich will ich die ganze Zeit anfangen zu zeigen. Er kommt links um die Ecke. Er kommt links um die Ecke. Er kommt links um die Ecke. Er kommt! Er kommt! Schnell! Alex, wir müssen schnell Beweise sagen! Hulopoli, Hulopoli! Wieso sagt das Zahnarzt nichts? Das Zahnarzt redet nicht, weil das Zahnarzt ist nicht da. Das Zahnarzt Freundin ist da. Ich hab ihn... Und du hast ihn gemutet. Ich hab ihn gemutet! Angie, sag das zu Lander, Alex hat ihn gemutet. Äh, Alex hat dich gemutet, soll ich sagen. Warum? Ähm, sag ihn, weil... Nein, nein... Er ihn nicht mag, weil er ihn nicht mag. Er mag dich nicht und du bist ein Bastard. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Er meinte, er hasst dich über alles. Warum, Alex? Spaß. Er meinte einfach nur, er mag dich nicht. Was? Ja. Willst du nichts sagen? Sag, Alex möchte nicht mit ihm reden. Alex möchte nicht mit dir reden. Er kann mir nur ein bisschen davon sagen. Ich weiß nicht, Alex. Sag ihm von Alex, alles was er sagt, ist er selber. Alles was er sagt, bist du selber. Ist wie von Mimauer. Wo ist denn, äh, ein Dinos-Verbrettter-Din? Dinos? Stefan sagt so, ja, er mag dich nicht. Deine Freundin sagt ihm, ja, er mag dich nicht. Und du bist ein Bastard. So. So. Sie hat so gut gemacht. Sie hat so gut gemacht.